Yo, YouTubers, geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe zusammen mit Aimbrot Duos gespielt und hatte die Möglichkeit, 50 Kills in einer Runde zu machen. Das war wirklich mit Abstand die beste Runde, die ich bis jetzt in ganz Warzone 3 spielt habe. Doch dann habe ich den allerletzten Kill, der mir gefehlt hätte für die 50er-Bombe, nicht bekommen durch einen Riesen-Bug in Warzone. Ich möchte euch aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, also ich möchte noch nicht spoilern, was für ein Bug das war und wie genau es dazu kam. Dafür müsst ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst schon mal gerne ein Like und ein Abo da und schaut gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich täglich, ich habe 10 Uhr live. Let's go. Also unter uns einer. Leider wieder rein. Ja. Danke. Ey, die Pistole, die ist so krass. Schöp. Stefan B1983, der Rentner. Der ist 40. Der ist 40. Warte, ich habe einen Chat, wie du beleidigt. Wollte ich gerade sagen. Aber muss auch mal sein. Ich sage, ich bin auch 1983. Wer findet Stefan? Wer findet Stefan? McLovin. Stefan gefunden. Schöp. Ja. Ja. In das war er. Untertitelung von ZDF, 2020 Copy that, Longbowl 3-1 is on station, let's try to get into it. Your objective is simple. Eliminate all bounty targets. We got gas moving in. Nice bounty. Sein ist zu beim Bounty Spawns, oh man. Ja, das Bounty war sogar schon gedowned, als du es angenommen hast. Nice, Kleiner. Die lassen mich nicht landen. Spaß dabei. Wir sind noch zu zweit, die piken ganz komisch. Ist der im LKB oder wo ist der? Beide markiert. Oh, beide One-Shot, beide markiert. Mann. Nein, das ist nicht passiert. Wurde du überfahren? Er wurde so im Ganzen weit überfahren. Wow. Das ist so ekelhaft gerade, Hilfe. Oh. Zwei Leute hier? Ähm. Anderes Team unten nicht, leider. Es hält dir noch einer, oder? Ne, ne, ne. Ich glaube, du musst weiterkriechen, ich bin ehrlich. Ja, einer kommt? Ja, ja. Ich hätte ne Cluster, Lina. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der Self-Fass hat. Roter Mark habe ich genockt. Ja. Oh mein Gott. Oh, die Tech ist gar nicht so viel, die Waffe gar nicht so viel. Es ist okay halt, die Waffe, ja. Ja, ist okay. Die Weihnachtslutze, ja? Die Weihnachtslutze. Copy. UAV. Move it. Copy that. Longbowl 3-1 is on station. Strike inbound. Das ist besser als Befehl. Ja, das kann auch sein. Gleich gut oder besser halt. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen Pizza oder Döner bestellen. Auf jeden Fall Pizza. Auf jeden Fall Pizza und dann nehme ich eine geile Margarita mit Mais und Schafskäse. Wir harmonieren. Rechts. Die Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet 4-2-4-5-5-6. Statt zugrund. Entfernt in die A. Mit. Als ich zu diesem Fall habe. Copy, UAV ist los. Gas ist in closing. Relocating the safe zone. Jailbreakers kickin' off. Enemy soldier incoming. Ah, geht doch. Und raus. Und bei mir sind noch mehr. Oh, du bist hier weg, ne? Ich bin gar nicht so anders. Solid work evading the enemy. Clearer for now. Ist denn was passiert hier? Der ist gefamed. Der braucht Geld. Wenn du rebuist, machen wir dir eine 50er. Ja. Die Runde hab ich losgelassen. Ich bin ganz ernst. Ander bei waren noch welche vor mir, oder? Ich glaub ja. Könnt ihr weniger reden, bitte? Danke. Sehr laut, irgendwie. Ich bin ganz lemmer. Wie geht es bei dir? Ich habe ihn vor-Pasit. Kannst du mit dem centimeters casteln? Wie geht es bei sich? Eineاتzide studie- Das war knapp. 9er, 20er. Kinder inumen. Ich würde plötzlich vorwärts werden. Die Mentor2. Was ist dein PR aktuell doos? Weißt du das? 42. Also das könnt... 42, also das könnt eigentlich Shep run, ja. Ja, ich brauch noch irgendwas zum mitschießen. Oh, er hat Rebuy gemacht, hier. Was ist das mit dem Geeks? Einen Akzenten, die meinten es richtig ernst, warum sind wir auf dem Zug drauf? Oh, einer noch vor mir. Zwei noch vor mir. Oder der Hedge. Alles gut. Das könnte aber wirklich eine Fünfziger werden, ja? Also es sah schon, als ich eben guckte, wo der nach raus. Hier unten einer. Da steht hier. Lootet. Wie, wie, wie jetzt? Rett mit daher. Oh ja. Komm, komm, komm. Er ist hier bei mir. Da, wir, wir da. Danke dir, danke dir. Einer war noch auf dem Dach, der hatte gute Schatz. Ja, ja, da oben. Ja, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der angeschossen. Da muss noch pläten. Küss, 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 küss. Wir fahren noch rein. Das ist einer von den Geeks, einer von den Geeks hier unten. Das war kein Geek, aber die leben noch, die Geeks. Da hinten ist irgendwie einer. Ich bin grad nicht da. Ich geh einfach. Ja, safe. Das Pick. Da hinten, der auf dir gelandet ist. Ja. Nein, ohne Feinden, ohne Feinden, ohne Feinden. Oh, jetzt alle. Warte, der Radar hier. Oh, die zwei oben. Wie kommt man da hin, ist die Frage. Das ist Quatsch hier leider. Das ist Quatsch. Ist egal, sie dürfen nicht sterben. Kommt mir noch einer. Kommt mir noch einer. Kommt mir noch einer. Habe ich. Moni, habe ich. Der liegt über mir in der Türseite. Habe ich. Oh, nächster kommt. Habe ich. Nice. Zwei bei euch. Ein bei euch. Schön blaues Haus, oder? Ja, ja, ganz sicher. Müssten beide sein. Einer unten, einer oben, ich guess. Ich spring gleich schön, wenn Fallschirm vom Dach seid. Ja, ja. Komm, Mensch. Schließe. Hallo. Ah, hier steht einer, oder? Hm, nee. Ähm, das können Probleme sein. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. WTF? Die gönnen einfach nicht. WTF? Oder sind die doch woanders? Nee, was für woanders? Es gibt ja nichts. Die sind verpackt im Gulag? Nein. No way. Nein. Es war Jailbreak. Es war Jailbreak relativ am Anfang der Runde sogar. Nein. Meinst du, die stehen jetzt im Gulag einfach, oder wie? Ja. No way. Und deswegen gewinnen die aber auch, oder wie? Das kann nicht sein. Ja. Deswegen gewinnen die und ich krieg die 50er nicht. Ist aber guter Content, sag ich. Gutes TikTok. Ja, okay. Gutes Indrück. Gutes Indrück, oder? Man. Ich bin so traurig. Das kann jetzt nicht sein. Man. Ich hätte 50 Kills machen können, doch dann ist das passieren. Ja. Perfekt. Ach man, das gibt's doch nicht. Keine 50er mit Gulag? Nein, das ist kein Titel. Das ist kein Titel. Hauptbruch. Ich bin mir halt unsicher, jetzt sind halt zwei im Gulag. Wer von denen gewinnt? Gewinnt überhaupt einer von denen? Ich glaube, wir sehen gleich, ob da ein Gewinner steht. Ja, ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass die beide halt jetzt. Wer zuerst rausgeht. Okay, dachte ich mir fast. Wer zuerst rausgeht. Schade. 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 Can't win them all, man. Ja. Überleg mal, sowas passiert dann auf Nuke-Streak auch. Oh mein Gott. Das würde jetzt so brechen. Aber man hat's versucht, ne? Man hat's versucht. Ja. Mit Controller, wer dir das nicht passiert, sich hat Phantom. Ey, schau sie dir an, die Krächter. Schau sie dir an. Ich kann das alles nicht mehr. Was ist das denn? Nein. Keloja mit fünf Kills. Nein. Ist das böse. Es tut alles weh. Mann. Die zwei. Einer hätte's gebraucht. Nein. Das ist ein scanner, das ist immer gut.